So meine Herren, wir haben jetzt hier schon ordentlich die Welt, den Weltall erforscht, ja, es ist echt ganz schön geil geworden, ohne Witz, meine Truppe ist hier schon da, übrigens, Fabian, wie sieht's aus, hast du da den ganzen TNT schon aus dem Kontrollgang rausgekramt? Hab ich eigentlich schon alles draus, ja. Ja, wollen wir mal einen Testlauf machen? Aber nicht, dass hier alles so hoch geht, ne? Da passiert schon nix, hab alles draus. Ja, sicher, ganz sicher. Jungs, kommt mal her, macht mal einen Kontrollgang. Oh fuck, oh fuck, scheiße, raus! Oh Gott, wir leben noch, wir leben noch. Oh Leute, wir sind gerade abgestürzt, ohne Witz, äh, Fabian! Ja? Hilfe, ich bin zusammen mit Fabian abgestürzt, und hier greift uns gerade über die minimal fette Spinne an, die uns vergiftet. Na, Happy Birthday! So viel dazu. Ähm, und wir wissen jetzt nicht, was los ist, unsere Mondbar ist zerstört, ihr habt's ja gerade gesehen, dann sind wir abgestürzt. Äh, aber die anderen... Ich bin tot. Aber die anderen wurden alle von uns... GER... ...getörte, beziehungsweise alle von uns, äh, weggedingst. Äh, wie heißt es denn? Ich hab mir entfällt, dass das Wort gerade entfallen. Getrennt! Ja, genau. Oh Gott, Alter, wir müssen jetzt erstmal die anderen wiederfinden. Ja, das kann anders werden. Hallo? Wer... Wer... ...da? Ist... Ja? Wie geht's euch? Oh Mann, wir müssen jetzt erstmal tatsächlich gucken, wie die anderen Arten blieben sind. Ich würde sagen, wir nehmen uns die Workbench mit und bewegen uns in die Richtung, ne? Ja, klar. Welche Richtung war das? Äh, wir kommen jetzt... Am Mond? Ja, doch, von da. Jetzt zur Stelle. Also, wir haben... Ja, wir kommen jetzt. Wir kommen jetzt, wir suchen euch. Wir suchen euch. Hier ist ganz viel, viel Zucker, aber was hast du mitnehmen? Ja, lass das mal mitnehmen. Wir müssen jetzt erstmal gucken, dass wir uns alternativ irgendwie ernähren können. Na, ohne Witz, Alter, was soll das denn hier? So, Leute, wir müssen jetzt mal... Hier sind Kirschen. Oh, Kirschen, nice. Was ist geil? Okay, wir müssen... Okay, kann ich nicht abhauen? Was ist das denn, Alter? Was... Ihhh, was ist das? Ihhh, was ist das? Ihhh, was ist das? Spawn... Droppt das irgendwas geiles? Oh, Leute! Oi! Oi! Hilfe! Was ist das? Nein! Forrest Guard! Da bin ich. Zack. Wir müssen... So nach... Wir müssen in die Richtung, genau in diese Richtung müssen wir. Ach, du heiliger Mist. Okay, Leute, äh, wir gehen jetzt erstmal ein bisschen. Fabian! Siehst du das? Diesen Meteor da hinten? Äh, ja. Loil, Alter, loil. Loil! Guck mal, da sind noch zwei andere. Leute, das heißt hier. Mark! Hi! Hi! Du musst nur, wie es geht. Oh. Ich will gestimmeln. Ihr habt den Absturz aber auch überlebt, ja? Leute, was ist das? Oh Gott! Oh Gott! Zorro, 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 Zorro! Ey! Hat irgendjemand von den Maden gesehen? Ne. Der ist verschollen. Den müssen wir nachher nochmal suchen. Justin ist auch verschollen. Mist. Äh... Ja, Leute, unsere Operation ist ein bisschen schiefgegangen, ne? Würde ich mal sagen, weil wir wollten ja... Von wegen alles gereinigt von TNT. Ja, dachte ich mal auch. Von wegen, Fabian? Äh, ey! Ich war auch auf den Fabian, ne? Äh, Mist, Mist. Wollt ihr nicht mal aus? Es ist echt... Okay, Leute, wir müssen am besten mal gucken, äh, was hat dieser mit... Oh, mit unserer Base auf sich. Sind da noch Reste drin? Ich untersuche den. Ähm. Warte, ich komm mit. Ich komm mit, ich komm mit. Leute, festiert euch mal aus. Es ist echt ein Steckchen da rufen. Wenn unser Moonbase da oben ist. Dann müsste das aber theoretisch genau auf unserer Höhe sein. Hm. So, ich bin drin. Oh, hier ist ne Kiste. Nice! Hier gibt's nen Banner. Äh, ich hab nix... Ich komm da nicht rein, ne? Okay, das wurde alles, äh, jeweils den Namen... Oh, Fabian, guck mal, wir haben unseren eigenen Banner bekommen. Oh, ja geil! Und was haben die Banner jetzt aufsicht? Also jetzt ohne Scheiß, was haben die Banner jetzt aufsicht? Ich hab keine Ahnung. Äh, Team-Banner. Also wir sagen einfach nur Zeichen-Banner. Okay, also, dass man sieht, wo wir wohnen, quasi. Beziehungsweise, wo wir uns gerade aufhalten. Äh, also, Zorro, wo jetzt hin? In die Richtung. In die Richtung. Einfach geradeaus rennen. Vielleicht finden wir ja irgendwas. In die Richtung, okay. Äh... Das sind wir doch. Wir sind echt gut. Wer ist denn für... Wer will denn das... Wer baut das Haus? Von uns? Ja, wo seid ihr denn? Ich bin bei dir. Ich bin hinter dir. Achso, ja. Ich dachte, das wäre ungefähr vor, ja. Ah, Leute, wir müssen echt mal raus. Und so, da ist ein Boss, da ist ein Boss, da ist ein Boss. Wollen wir hier klatschen? Nein, nein. Wir müssen mal irgendwie Ausschau halten. Nach... Ähm... Wir müssen mal Ausschau halten nach dem Villagerdorf. Oh, Gott. Leute, wir haben ein Dorf gefunden! Ja! Juhu! So, Fabian. Fabian, wir versuchen uns ja erstmal zusammen in deinem Haus zu balkadieren. Ich will sagen, wir nehmen diese Kirche hier. Das ist unser Haus. Das ist von mir entschuldigung. Lass mal die Kirche hier nehmen. Mann, das ist egal. Wir haben alle gemeinsame Haus. Oh, egal. Doch. Nee. Nee. Ich bin da vollkommen... Ich will hier... Ich... Ja. Beschlagnahmt vom Team... Äh... ScuffleTV. Mann, wir haben kein Team! Leute, wie setzt man den Banner? Gar nicht. Wir brauchen einen Bannerhalter. Was muss ich? Bannerhalter brauchst du dafür. Bannerhalter? Jungen, da haben... Marco und ich ja keinen Haus. Was soll das heißt? Ja. Ui, sorry. Nein. Ich hab gar nicht gesehen. Oder ihr rubert unseres. Aber dann kriegt er einen Pinkschalter. Ja. Dann könnt ihr einfach mit euch leben, wenn ihr euch weiß. Nö. Nein, nein, nein. Ihr lebt nicht mit uns. Oh, Leute, Leute, Leute. Fahlia, komm, wir ziehen direkt unser Haus. Ja, ich mach grad hier schon ein bisschen Feldarbeit. Wir brauchen unsere Baumsführer. Wir brauchen unsere Baumsführer. Wir brauchen unsere Baumsführer. Philipp! Der hat unsere Baumsführer verletzt. Weg damit! Oh, hier ist gleich ein Geist. Ich geh mal ein bisschen Holz holen. Ja, und Lennart, ich hab... Nimm mir jetzt dieses kleines komische Haus hier. Ja, wir sind ja in diesem... Wir sind ja in dieser Bo... Äh, in dieser Kirche. Nein, wir nehmen Kirche. Wir nehmen Kirche. Ich will auch so ein Bannerhalter haben. Da sind ein Bannerhalter. Marco, ich hab's... Ich hab noch ein paar... Ein paar Bannerhalter. Marco, ich hab's... Marco, mir Kirche, Kirche. Ja, tschuld! Ich will jetzt ein Bannerhalter. Chill. Moderate Chill, weil ich hol grad... Die Basic Items von Lenshwert. Ich hab stamina Omicron. Alles klar. Hab ich schon en Stack? Oh, Leck. Boah, ich bin mir sicher nicht... Ja. Ja, Leute. Das war's mit der Ersevergemeinschaft. Hello, äh, wenn's euch gefallen hat und ihr mehr Roleplay, mehr, äh, Adventure, mehr... was ich haben wollte, schreibt es in die Kommentare, wenn ihr den habt. Und das ist das neue Projekt und alle sind dabei, die auf Tab sind. Und zwei sind noch verschollen, aber das wird man sehen, ob wir den noch finden. Danke und ciao!